Die nächsten Wochen versprechen entscheidend für die Zukunft unseres Vereins zu werden. Wir verfolgen aufmerksam die Verhandlungen und mögliche Verstärkungen, die bei Borussia eintreffen könnten. Hier finden Sie alles, was Sie über die Hintergründe dieser Schritte wissen müssen. Ein weiterer Name, der in den Spekulationen immer stärker wird, ist der von David Affengruber, einem Innenverteidiger, der bei Sturm Graz herausragte. Der junge Spieler war maßgeblich am Gewinn der österreichischen Meisterschaft beteiligt, brach die Hegemonie von Red Bull Salzburg und erregte die Aufmerksamkeit mehrerer Vereine. Affengrubers Vertrag mit Sturm Graz endet im Juni und obwohl der österreichische Klub eine Verlängerung wünscht, könnte das Interesse von Borussia Mönchengladbach die Entscheidung des Spielers belasten. Andreas Schicker, Grazer Sportdirektor, drängt auf eine schnelle Lösung. In einem Interview mit Lala 1 erklärte Schicker, Ziel ist es, den Vertrag von Ota Kittaischwili zu verlängern und sich dann mit der Situation von David Affengruber auseinanderzusetzen, wir brauchen schnelle Entscheidungen. Nach der letzten Runde konzentrierte sich Affengruber auf die Titelfeierlichkeiten mit Sturm Graz. Während eines Interviews mit Sky wurde er von einer Bierdusche unterbrochen und betonte, dass sein unmittelbarer Fokus auf der Meisterparty liegen werde. Er weiß jedoch, dass wichtige Entscheidungen auf ihn warten. Unterdessen arbeiten Borussia Mönchengladbach-Geschäftsführer Roland Wirkus und sein Team hinter den Kulissen hart. Ein Punkt, der die Verhandlungen belasten könnte, ist die Qualifikation für die Champions League, die sich Sturm Graz bereits gesichert hat. Auch ohne diese Vakanz bietet Borussia ein wettbewerbsfähiges Umfeld und hervorragende Wachstumschancen in der Bundesliga. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren unten und beteiligen Sie sich an dieser Diskussion. Bleiben Sie auf unserem Kanal auf dem Laufenden, um weitere Updates und exklusive Neuigkeiten über Borussia Mönchengladbach zu erhalten. Hoffen wir gemeinsam auf eine glänzende Zukunft für unseren Verein. Komm schon, Gladbach!